Hallo und herzlich willkommen zum Ländersteckbrief von Sprachenlern24. Heute tauchen wir in die faszinierende Kultur, die atemberaubenden Sehenswürdigkeiten und die köstliche Küche Thailands ein. Los geht's! In Thailand leben 64 Millionen Menschen. Die Fläche erstreckt sich über 513.000 Quadratkilometer und ist damit nur ein bisschen größer als Spanien. Wenn man die Augen zukneift, erinnert die Form Thailands an den Kopf eines Elefanten. Die Nachbarländer Thailands sind Burma, Laos, Kambodscha und Malaysia. In Thailand bezahlt man mit Bart. Auf allen Scheinen und Münzen ist auf der Vorderseite ein Porträt des Königs aufgeprägt. Um herauszufinden, wie viel Uhr es gerade in Thailand ist, muss man in Deutschland in der Winterzeit 6 Stunden und in der Sommerzeit 5 Stunden dazurechnen. Oberhaupt des Staates ist der König. Die Menschen in Thailand haben eine enge Beziehung zu ihrem Königshaus. Trotzdem wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung eine politische und bürokratische Reformation. Dem König Thailands werden alle weißen Elefanten des Landes geschenkt. Ein weißer Elefant gilt als besonderes und heiliges Tier. 95% der Menschen in Thailand sind Buddhisten. Hier übt man den Theravada-Buddhismus aus. Der König gilt als religiöses Oberhaupt des Landes. Überall im Land gibt es Tempelanlagen, sie heißen Watt. Mönche sind ein wichtiger Teil der religiösen Lehre. Oft werden sie bei Streitigkeiten oder in Lebenskrisen um ihren Rat gebeten. Die Hauptstadt und größte Stadt Thailands ist Bangkok. Sie ist berühmt für ihre belebten Straßen, farbenfrohen Märkte und das geschäftige Treiben auf dem Fluss Kao Freya. Wenn du Bangkok besichtigen möchtest, dann bring viel Zeit und Geduld mit, denn hier herrscht ein permanentes Verkehrschaos. Oder steige auf ein Wassertaxi um und entdecke die Stadt entlang des Flusses. Dabei kommst du zum Beispiel an der Tempelanlage Wat Arun vorbei. Neben Bangkok gibt es noch viele weitere tolle Sehenswürdigkeiten in Thailand. Chiang Mai im Norden Thailands, bekannt für seine alten Tempel und entspannte Atmosphäre. In der Stadt gibt es den sogenannten Nachtmarkt, der bis Mitternacht geöffnet hat. Dort kann man Antiquitäten, Kunst, Kleidung und kulinarische Köstlichkeiten erstehen. Ansonsten ist Chiang Mai beliebt für seine schönen Feste oder das historische Heiligtum Wat Frasing, das schon im Jahre 1325 erbaut wurde. Der Doi Internon Nationalpark. Hier kannst du zum Beispiel geführte Trekkingtouren machen, Elefanten besuchen oder eine Bambusraftingtour buchen. Wenn du den Doi Internon, übrigens die höchste Erhebung Thailands, besteigen willst, kommst du beim Aufstieg an vielen atemberaubenden Wasserfällen vorbei. Die Ausgrabungsstätte in Sukkotai Im Zentrum des Landes liegt die Wiege des Thai-Reiches. Im heutigen Sukkotai hat man bei Grabungen die Überreste einer Khmer-Siedlung entdeckt. Zerstört wurde diese Siedlung in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als die Thai-Stämme aus China vertrieben wurden und auf der Suche nach einem neuen Zuhause wiederum die Khmer vertrieben. Die Thai-Stämme siedelten sich in Sukkotai an und begründeten dort eine erste Hochkultur. Auch die Überreste dieser ersten Hochkultur der Thai finden sich im historischen Nationalpark von Sukkotai. Auf Thailands Inseln laden kilometerlange weiße Sandstrände und buntes Treiben verschiedenster Meeresbewohner unter Wasser zum Baden, Entspannen und Schnorcheln ein. Als absolute Erholungsorte lassen sich hier zum Beispiel Koh Samui und Koh Phangan nennen. Auch die Phi Phi-Inselgruppe ist für Naturliebhaber mit ihren atemberaubenden Stränden und klarem Wasser ein absolutes Muss. Dort kann man auch ausgelassen mit anderen Touristen feiern. Thailand ist bekannt für eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, die in ihren Gerichten vereint sind. Von würzigen bis hin zu süßen Aromen bietet die thailändische Küche eine Geschmacksexplosion. Pat Thai, ein Gericht aus gebratenen Nudeln mit Gemüse, Erdnüssen und wahlweise mit Huhn, Rind oder Garnelen, ist weltweit bekannt. Daneben gibt es noch würzige Suppen oder leckere Curries. Zuletzt bekommt man in den Straßen Thailands an allen Ecken kleine gebratene Spießchen mit teilweise für europäische Verhältnisse, ungewöhnlichen Zutaten, wie Insekten. Kommen wir zu einigen wichtigen Dingen, die du beachten solltest, wenn du Thailand besuchst. Bei den Thais gilt der Kopf eines Menschen als Hort der Seele. Berühre den Kopf von Menschen nicht, da dies als respektlos angesehen wird. Als genaues Gegenteil des Kopfes gelten die Füße. Es ist zum Beispiel unhöflich, wenn man auf dem Boden sitzend mit den Füßen auf eine andere Person zeigt. Religion ist sehr wichtig in Thailand. Wenn du einen Tempel besuchst, solltest du diesem mit Respekt begegnen. Bedecke deine Schultern und Knie und entferne deine Schuhe. Vermeide es auch, Tempelregeln zu missachten. In Thailand schätzt man das Königshaus sehr. Äußere dich deswegen nicht negativ über die Königsfamilie oder deren Mitglieder. Es gilt als Majestätsbeleidigung, auf eine davon rollende Münze mit dem Fuß zu steigen. Die beste Reisezeit für Thailand ist von Oktober bis Februar, da in dieser Zeit der Monsun nachlässt und ein trockenes und gemäßigtes Klima herrscht. Hast du Lust bekommen, auch nach Thailand zu reisen? Dann probiere doch mal unseren Thai-Sprachkurs bei Sprachenlernen24 aus. Teile gerne deine Thailand-Erfahrungen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.